Erfolgreich wirtschaften ist eigentlich eine der zentralsten Fragen überhaupt für die Bauern und Bauern. Da haben wir auf der einen Seite immer den Kostendruck und auf der anderen Seite habe ich ständig diese Preisthematik. Jetzt hat man natürlich das Dilemma, Transparenz kostet mehr auf Wund. Das ist einfach mehr Arbeit, dass ich das herzahlen kann überhaupt und gleichzeitig zahlen wir für das nicht. Die Gelder, die wir aus der EU bekommen, die investieren in die biologische Landwirtschaft, in die Regionalpolitik, in LIDA-Projekte, in die Bergbauern. Voll auf Qualität setzen, auch wenn der Standard immer höher wird. Das ist unsere Zukunft als Feinkostladen. Österreich als Feinkostladen. Es wird mehr produziert für Dinge, was gesellschaftlich eigentlich gefordert werden. Sie werden nur noch nicht abgeholt in der Menge. Wir haben einfach die Situation, dass immer weniger Konsumentinnen und Konsumenten Bescheid wissen, wie Landwirtschaft funktioniert. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach aus der Lebensrealität heraus. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft leben. Mein Name ist Maria Fanninger und ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Und besonders freue ich mich, dass ich heute meinen ersten Minister quasi mir gegenüber sitzen habe im Podcast. Nämlich Norbert Dotschnig, Landwirtschaftsminister, seit Mai 2022, wenn ich mich recht erinnern kann. Voll schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du bist ja schon mal da gesessen mit Hannes und das war schon sehr, sehr spannend, da ein bisschen Einblicke zu dir als Person zu kriegen. Kann ich nur jedem empfehlen, wo man jetzt da noch ein bisschen weiter in der Jugend einsteigen möchte. Dann kann man sich den ersten Teil von unserem Podcast mit dir anhören. Ich steige heute mit dir in derer Thematik ein, vielleicht ganz kurz, wo du zum Minister geworden bist. Es ist ja so, Minister, ich habe noch mal nachgeschaut, ist eigentlich der Diener des Volkes. Was ich voll spannend finde, ist grundsätzlich die Bezeichnung. Und was war so deine Intention, beziehungsweise deine Vision, wie du das Amt angenommen hast? Also passend zur Anmoderation, Diener des Volkes, Dienen, Service, serviceorientiert sein. Das ist das, was ich eigentlich in dem Beruf gelernt habe, bin ich seit über 20 Jahren in der Politik. Und das hat mich immer geprägt. Und es war immer klar, es gibt ein Anliegen, man schaut, dass man bestmöglich helfen kann. Und in seiner Arbeit konzentriert man sich darauf, wie kann man einfach die Lebensumstände von den Leuten verbessern. Wie kann man ganz konkret den Bauern helfen, damit sie ein besseres Leben führen können, damit sie motivierter arbeiten können, damit sie mehr Chancen haben, damit sie Investitionen tätigen können. Also mit dieser Grundeinstellung bin ich geprägt oder bin ich ins Geschäft gekommen und bin ich auch geprägt worden. Und das war natürlich auch mein Zugang in dem Amt. Und in dem Amt hat man natürlich eines, man ist für Österreich da. Man ist auf die Verfassung angelobt und man schaut bestmöglich für die Republik und für die Österreicherinnen und Österreicher zu arbeiten. Und in meinem Zuständigkeitbereich, da geht es um Landwirtschaft, da geht es um Lebensmittel, da geht es um Forstwirtschaft, Wasserregionen. Also da geht es um die Lebensgrundlagen für alle. Und dafür ist es notwendig, einfach die, die die Hand anlegen, die anpacken, dass die unterstützt werden. Und das ist mein Zugang in die Arbeit. Jetzt hast du zwei Jahre quasi auf die Blickst gerade zurück. Man kennt dich als Arbeitstier, als jemand, der Dinge vorantreibt. Ich finde das immer sehr sympathisch, weil ja einfach, ja, große Reden werden oft geschwungen. Und das macht die Politik natürlich auch zu einem gewissen Grad aus. Was steckt dann dahinter, ist immer die Frage, in was man sich natürlich als einzelner Bürger oder Bürgerin stellt. Und bei dir, da ist immer sehr viel Substanz dahinter. Was hast du in den letzten zwei Jahren für dich so umgesetzt, was du jetzt gerne erwähnen würdest? Also der Zugang zur Arbeit ist natürlich auch geprägt von klein auf. Hart arbeiten, diszipliniert sein, fleißig sein, was lernen, eine gute Ausbildung, eine gute Familie. Und das ist praktisch der Schlüssel zum Erfolg. Und auch in dem Beruf, in dieser doch sehr verantwortungsvollen Position, ist ein riesiges Privileg, braucht es diese Zugänge aus meiner Sicht, um weiterzukommen. Denn Politik ist, das Bohren hat ein Bretter. Es geht darum zu überzeugen, man muss sich eine hauen, man muss organisieren, Ideen sammeln, die Leute zusammenbringen, um die eigenen Ideen durchzusetzen. Was haben wir geschafft? Ganz wichtig war am Anfang, dass wir die reformierte gemeinsame Agrarpolitik in Österreich haben können, umsetzen. Die Finanzierung hat die Beine stellen. Was heißt die Neugabe? Mehr Sicherheit für die Bauern. Also Unterstützung haben wir wieder aufgestellt. Finanzielle Unterstützung. Mehr für die Umwelt, mehr für die Biodiversität. Wieder die Bergbauern unterstützen. Unsere Biobauern weiter zu unterstützen. Also da geht es um sehr viel. Da geht es um 1,8 Milliarden Euro jährlich. Also das war der erste große Baustein, der für uns wichtig war umzusetzen. Dann ist es gegangen, Entlasten aufgrund der Inflation sind auf enorme Kostenbeleistungen gekommen. Da haben wir große Pakete schnüren können. Das war sehr, sehr wichtig. Hat wirklich auch abgefedert und geholfen. Und dann weitere Projekte. Da ist es gegangen, um zum Beispiel im steuerlichen Bereich, dass der Einheitswert, das ist sehr technisch, die Bauern wissen das, Pauschalierung, also die steuerlichen Entlastungen waren sehr wichtig, dass wir die Grenzen da zum Beispiel anpassen. Die sind seit 20 Jahren nicht mehr angepasst worden. Das heißt, die Inflation war nicht berücksichtigt. Und ja, weitere Initiativen wie zum Beispiel die großen Beutegreifer, die Großraubtiere, der Wolf, ein wahnsinnig emotionales Thema, dass wir auf europäischer Ebene uns einsetzen, dass da was weitergeht, dass man den Schutzstatus anpasst zum Beispiel. Also die europäische Ebene ist leider sehr oft sehr ausgeblendet in der Diskussion. Ist aber enorm wichtig, wenn ich nur an den Green Deal denke zum Beispiel, wie viel es da um die Bauern geht. Also auch dort haben wir sehr, sehr viel erreicht. Vor Forest Group aus einem Punkt, wo es zum Beispiel da umgegangen ist, aktive Waldwirtschaft in Europa zu unterstützen, erneuerbare Energie, dass das weiter unterstützt wird. Nur ein paar Beispiele. Hast du das Gefühl, dass du wirklich was verändern kannst als Minister grundsätzlich? Ja, absolut. Wir haben in den letzten Jahren so viel weitergebracht, auch in der Regierung insgesamt und speziell auch in unserem Bereich. Und man braucht dafür Mehrheiten. Man braucht dafür einen konstruktiven Partner gegenüber, der in der Sache irgendwo bereit ist, sich zu treffen. Und das ist nicht einfach, das ist nicht selbstverständlich, sehr personenabhängig. Aber es ist sehr gut gelungen in den letzten Jahren, das muss ich sagen. Du bist ja eigentlich ein Bauernbauer aus Osttirol. Wie wichtig ist da jetzt für dich die Verwurzelung noch? Jetzt bist du doch schon länger, natürlich in Wien, beziehungsweise hast du eine Ausbildung genossen und so weiter. Du warst der zweite Sohn, der eben nicht zum Zug gekommen ist für den Hof. Schaust du ein bisschen wehmütig zurück? Oder wie ist deine Verbindung zu deinem Ursprung? Also ich habe eine sehr gute Kinderstube gehabt. Das können nicht viele sagen. Also sechs Geschwister. Da kann man sich vorstellen, große Familie. Ich war die Nummer drei. Und am Hof hat man halt eines, das zum Beispiel Kinder in der Stadt oder die in der Stadt aufwachsen, nicht haben. Nämlich zu sehen, wie läuft das im Jahr? Wann wird angebaut? Wann wird geerntet? Wie ist das mit den Viechern? Wie werden die Viecher versorgt? Die Almen daheim? Also man kriegt einen ganz speziellen Zugang zur Natur, zu natürlichen Abläufen. Das ist auch absolut ein Privileg. Man hat natürlich auch eine gewisse Werteprägung auf dem Betrieb, den man da erfährt. Man ist sehr verbunden mit der Region, mit dem Brauchtum, mit dem Glauben, mit den ganzen Verbänden, mit dem ganzen Leben, das da abgeht am Land. Und ja, also das Land hat wahnsinnig viel zu bieten. Das muss man einfach sagen. Und die Prägung habe ich mitgenommen. Und ich gehe sehr, sehr gern heim. Wir haben ein sehr gutes Miteinander in der Familie auch. Also ich fühle mich da sehr wohl. Und ich werde auch immer mit offenen Armen, mit meiner Familie empfangen. Also für mich ist das Heimgehen heißt für mich Urlaub. Erholen, entspannen, Kraft tanken und dann wieder starten. Jetzt kennen die da natürlich auch sehr viel, sehr gut. Aus der Jugend sozusagen. Und aus der Kindheit kommen die dann jetzt her und sagen, du Norbert, das und das war jetzt zum Umsetzen. Oder das wird für mich wichtig sein. Kannst du da was machen? Passiert da sowas? Also wenn ich ins Gespräch komme, dann ich interessiere mich immer sehr für die anderen. Wie geht es da? Und was passiert so alles? Und umgekehrt fragt man natürlich auch nach. Man fragt, wie es einem Persönlichkeit, wie es der Familie geht. Das sind so die wichtigsten Fragen. Das ist eh voll schön. Du bist, glaube ich, ein voll guter Zuhörer, der aus dem nachher wieder voll viel außergeneriert und dann in die Umsetzung kommt. Das ist etwas, was man bei dir voll gut beobachten kann. Und was auch, glaube ich, der Punkt ist, wo man am meisten weiterbringt. Und so hast du es auch jetzt gemacht, so ähnlich mit der Vision 2028+. Was war die Ambition? Warum hast du das ins Leben gerufen? Es war eigentlich der Grund, der genau, ob du einen moderiert hast, jetzt zuhaken. Also für mich ist es ganz wichtig, wenn ich die Gelegenheit habe, mit einem Bauer oder mit einem Unternehmer einmal ins Gespräch zu kommen, dass ich genau nachfrage. Wie geht es da? Was sind deine Themen? Gibt es irgendwas, was ich mitnehmen soll aus diesem Gespräch? Und so ist es auch passiert bei unseren Touren durch die Bundesländer. Wir sind ja sehr viel in den Regionen, in den Bundesländern unterwegs. Einfach, weil es thematisch bei mir so angelegt ist, Bauern und Bauern, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Regionen. Und aus diesen Gesprächen ist einfach immer wieder herausgekommen, der Blick, der gemeinsame Blick in die Zukunft wäre sehr notwendig, sehr wichtig. Auch im Parlament ist in den Diskussionen, in den Debatten immer wieder an mich herangetragen worden, wie schaut es eigentlich aus mit der Vision, mit der Zukunft, mit der Strategie? Und da haben wir gesagt, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, angesichts auch der wahnsinnigen Veränderungen, die derzeit stattfinden. Die Dynamik ist sehr hoch wie noch nie. Klimawandel auf den Weltmärkten, die Preisvolatilität hat wahnsinnig zugenommen. Die Bevölkerung ändert sich, die Zusammensetzung, Konsumverhalten ändert sich, die Ansprüche an die Bauern und Bauern steigen ständig. Die Digitalisierung bringt völlig neue Möglichkeiten. Und da haben wir gesagt, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, setzen wir einen Prozess auf, der kein Marketingergebnis am Ende hat, sondern wo es um echte Lösungen geht, um echte Perspektiven für die Bauern und Bauern. Deswegen erstens einmal breit aussetzen, alle Parlamentsfraktionen einbinden, Stakeholder einbinden, NGOs einbinden, aber auch, und das war mir sehr wichtig, wissenschaftlich begleitet. Die besten Professoren aus Österreich, aus Deutschland haben wir auch zugezogen, damit auch der Blick von außen da ist, auch Brüssel, die Brüsseler Experten aus der EU, dass wir die einbinden. Und damit ist es gelungen, einen breit aufgestellten Prozess, sehr straff strukturiert, sehr knackiger Zeitplan, breit eingebunden, über 3.000 Personen eingebunden. Also da haben es ordentlich kackelt bei mir im Haus und da bin ich auch wirklich dankbar für alle, die da freiwillig mitgemacht haben. Fokusgruppen, hat hervorragend funktioniert und das Werk, glaube ich, ist ordentlich. Und es gibt viele in meinem Umfeld, die sagen, sowas haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt und da können wir schon ein bisschen stolz sein. Ja, sehr knackig, muss ich sagen, also ich habe ja auch in einer Fokusgruppe mitarbeiten dürfen und habe schon gesehen, es ist jetzt auch der Zeitraum quasi für Vision relativ knackig, weil 2024 und für 2028 plus Vision zu kreieren, ist natürlich auch ein relativ kurzer Zeitraum. und genauso knackig quasi hat man es auch durchgearbeitet. Aber was war jetzt für dich jetzt der Punkt, das sagst du, kurzer Zeitraum eigentlich? Kurzer Zeitraum, wir haben im Oktober gestartet und im Mai dieses Jahres haben wir die Ergebnisse präsentiert. Und das ist schon ordentlich, weil am Ende haben wir sieben Handlungsfelder definiert mit Zielen, mit Maßnahmen, 170 Maßnahmen. und das ist schon ganz ordentlich und das Ganze auch begleitet mit Umfragen, mit einem professionellen Institut im Hintergrund. 2028 klingt jetzt so, als würde ich kurz quasi aufspringen können und vielleicht Anlauf holen für Visionen, die man nachher mit dem Plus quasi umsetzt. Was ist jetzt so für die, der Zukunftaspekt, der was jetzt rausgekommen ist bei dem Visionsprozess? Also wenn man in die Zukunft blickt, da habe ich schon einmal Prozesse erlebt, die zu weit in die Zukunft gegangen sind und dann ist man einfach sehr spekulativ unterwegs, weil sich einfach die Welt ständig ändert. Es kommen neue Aspekte herein. Ich sage ein Beispiel. Künstliche Intelligenz. Vor fünf Jahren hätte wahrscheinlich jeder gefragt, was ist das? Mittlerweile ist das immer mehr Realität im Stall, bei der Fütterung, am Feld oder Roboter am Feld. Vor fünf Jahren, ja, hätte man gesagt, möglich irgendwann, aber mittlerweile wird das mehr und mehr Realität. Das heißt, der Zeitraum, den man sich vornimmt, das sollte irgendwo greifbar sein und realistisch sein, dann ist man viel besser in dem Ergebnis. Und 2028 war auch deswegen wichtig, weil dort beginnt die nächste Periode für die gemeinsame Agrarpolitik. Wir haben immer sieben Jahresperioden, die sind gleich lang wie der Finanzierungszeitraum und alle sieben Jahre entsteht eine Reformdebatte. Und das war uns auch wichtig, dass wir Grundlagen haben, inhaltliche Grundlagen, fachliche Grundlagen für die nächste Debatte um die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik in Europa. Das ist ein ständiger Dialog und Diskurs, der da geführt werden muss, mit teilweise völlig unterschiedlichen Meinungen aus allen möglichen Ecken. Und deswegen war mir wichtig, dass wir auch aus dieser Schicht, aus der Sichtweise der Land- und Forstwirtschaft heraus, sehr klare Botschaften haben. Zum Zweiten, für national, für die Bauern, wenn man fünf, sechs, sieben Jahre in die Zukunft schaut, das ist schon einmal ganz gut, wenn es darum geht, zu sagen, wohin bewege ich mich, wohin entwickle meinen Betrieb, wo investiere ich, gehe ich in die Direktvermarktung, gehe ich in den Urlaub am Bauernhof, fokussiere mich stärker auf die Spezialisierung der Produktion, die ich derzeit mache. Also da kann man schon relativ gute Aussagen treffen. Und bei der Vision ist es so, wir sind jetzt in der Phase der Umsetzung, in der Umsetzungsphase, jetzt wird noch konkret auf diesen Ergebnissen aufbauend hineingearbeitet in den einzelnen Bereich, wenn es zum Beispiel geht Wertschöpfung, wie können wir Wertschöpfung verbessern? Oder bäuerliches Unternehmertum, ganz wichtig, wie können wir das noch stärker etablieren, auf den Betrieben, in unseren Schulen, in der Beratung? Also da gibt es jetzt noch einiges zu tun und es wird ein begleitender Prozess werden jetzt auch die nächsten Monate. Auf jeden Fall wichtig, das umzusetzen, wenn Sie es jetzt so in einem Satz sagen könnten, wie soll die Zukunft der österreichischen Landwirtschaft ausschauen? Also eines zeigt sich ganz klar, wir haben eine sehr klein strukturierte Landwirtschaft im Vergleich zu unseren Mitbewerbern in anderen EU-Ländern. 24 Hektar durchschnittliche landwirtschaftliche Nutzung ist sehr klein und es hat sich gezeigt, ungefähr 20 Prozent sehen eine Chance, sich zu vergrößern. Und der Rest muss mit dem Bestehenden, das er hat, wirtschaften und in die Zukunft gehen. Das heißt, Diversifizierung, Direktvermarktung ist angesagt und vor allem eines, die unternehmerische Kompetenz ist sehr stark gefragt, dafür braucht es eine Ausbildung, dafür braucht es eine Kooperation mit anderen Betriebsführern. Also diese betriebswirtschaftliche Kompetenz, ganz entscheidend. Und das Zweite ist, um nicht alles aufzuzählen, Qualitätsproduktion. Das ist ganz erstaunlich, also da sind sich wirklich fast alle einig, voll auf Qualität setzen, auch wenn der Standard immer höher wird. Das ist unsere Zukunft als Feinkostladen, Österreich als Feinkostladen, wenn man das große Ziel, kulinarisch Destination zu werden, weil Landwirtschaft und Tourismus, das gehört da in der Frage sicher zusammen. Und was auch wichtig ist, was auch funktioniert, eine gute Ausbildung. Die Bäuerinnen und Bauern, erstmals hat man als wichtigste Voraussetzung für die Zukunft herausgearbeitet oder auch angegeben seitens der Bäuerinnen und Bauern, eine gute Ausbildung ist entscheidend. Und unsere Schulen sind voll. Wir müssen teilweise neue Klassen beginnen im nächsten Schuljahr, um alle unterzubringen. Also Ausbildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Sehr voll schön zu beobachten. Da ist eigentlich landwirtschaftsferne Kinder oder Jugendliche sich eigentlich nachher für landwirtschaftliche Ausbildung entscheiden. Das finde ich immer voll schön zu beobachten, dass da schon ein Drang dorthin ist. Weil es wird gesagt, unternehmerisch oder unternehmerischer zu sein als Bauer in Bayern, das war für mich auch immer ein Thema, wo ich gerne hinschaue. Ich habe auf der Uni das erste Mal einen Businessplan quasi geschrieben. Und da habe ich das für ein bäuerliches Unternehmen quasi gemacht oder beziehungsweise für einen Bauernhof eigentlich, der sich anders ausrichten wollte. Und da bin ich eigentlich das erste Mal auf die Pauschalierung gestoßen und war eigentlich schon voll überrascht, dass das erstens einmal gibt. Und natürlich nachher durch meine Selbstständigkeit auch Bauernladen betreibend, habe ich natürlich gesehen, dass das schon ein bisschen hinderlich ist, dass man einfach nicht wirklich die wirtschaftlichen Zusammenhänge auch oft erkennt nachher als Bauer in Bayern, dass man vielleicht auch nicht einmal weiß, welchen Steuersitz oder wie man Rechnung schreibt und so weiter. Das ist jetzt der Blick jetzt zehn Jahre zurück, hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber ist das nicht immer noch für mich jetzt, ist das immer noch so ein bisschen ein Hemmschuh, dass ich mich eigentlich wirklich unternehmerisch aufstehen kann, dass ich da auch einen anderen wirtschaftlichen Blick kriege, wenn ich da ein bisschen von dem entkoppelt wäre. Ich sehe schon, du siehst es anders, aber deshalb frage ich. Also die Frage, wie kann ich erfolgreich wirtschaften, ist eigentlich eine der zentralsten Fragen überhaupt für die Bauern und Bauern. Da haben wir auf der anderen Seite immer den Kostendruck, wie kriege ich steigende Kosten im Griff, wie finanziere ich meine Investitionen und auf der anderen Seite habe ich ständig diese Preisthematik, dass einfach die Situation ist, dass bei Standardprodukten die Preise stagnieren, dass ich immer besser werden muss, um eigentlich mehr zu verdienen, mehr zu bekommen von den Preisen und da merke ich wieder, ich bin eigentlich total abhängig, was auf dem Weltmarkt tut. Und um in diesem Bereich drin bestmöglich zu wirtschaften, braucht es unternehmerische Kompetenz. Und die Frage hat, da hat ein bekannter Professor von uns, Professor Kirner auf der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik einmal, die haben sich einmal angeschaut, was macht eigentlich die Betriebe aus, die sehr erfolgreich sind. So ein basisgrüner Bericht, also den wir jährlich veröffentlichen müssen, Kostenlaggesetz, und man schaut, was Betriebe, die über 50.000 Euro pro betriebliche Arbeitskraft erwirtschaften, was machen die gut. Und das ist ganz spannend, was da herauskommt am Ergebnis. Und da kommt halt heraus, erstens einmal, dieses Kostenbewusstsein ist da da. Also die investieren nicht übermäßig in Gebäudemaschinen, sondern die schauen, dass die Kosten passen. Die denken vernetzt, und die sind auch sehr vernetzt, diese Betriebsführer. Die Betriebsführer haben ein sehr gutes, familiäres Umfeld. Also daheim, die Generationen arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Die Betriebsführer, die erfolgreich sind, die kommen sehr oft sehr früh in die Verantwortung. Also die ältere Generation übergibt den Hof sehr früh, und sie lassen ihnen den Freiraum, ihr Geschäftsmodell zu entwickeln, wo sie glauben, dass sie einfach erfolgreich sein können. Es sind noch einige Beispiele, und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr wertvolle Info. Und das interessiert auch viele, weil die Bauern und Bauern, da haben wir auch miterlebt, man will es ja besser machen. Und da ist es ja ganz gut, wenn man mal irgendwo aneinander reinschauen kann, wie macht er das eigentlich? Und passt das auch für meinen Betrieb? Es ist ja jeder Betrieb unterschiedlich, kann man nicht eins zu eins kopieren. Aber so die eine oder andere Idee ist immer sehr hilfreich, und sie verhilft zu einem, zu einer Perspektive, die besser sein könnte, wie das Aktuelle. Und das ist, glaube ich, etwas, um das es immer geht. Perspektiven öffnen, Optimismus verbreiten, die Chancen aufzugen, und zu sagen, am Ende, schau, Bauer sein erstens ist super. Du bist ein Herr, du hast deine Möglichkeiten. Es gibt verschiedenste Perspektiven. Such deine aus, die für dich am besten passt, und sei motiviert und geh es an, pack es an. Die Menschen brauchen Lebensmittel, wir brauchen die Kulturlandschaft, die gepflegt ist, es ist Brauchbäuer und Bauern, und es gibt sicher einen Platz für die. Nein, sowieso, und die Prozessoptimierung quasi, die ist halt einfach natürlich wahrscheinlich erfolgreicher, wenn man wirklich auch sein Zahlenwerk gut im Blick hat. Was werden da für schulischen Weiterbildungsmaßnahmen gesetzt, dass man da ein bisschen sich weiterentwickeln kann? Also erstens einmal fängt es natürlich bei den Schulen an, und da ist es auch ganz wichtig, zum Beispiel bei der Übernehmerunterstützung, der Hofübernehmer, dass wir da Module drin haben, wenn jemand eine Meisterausbildung macht, dann kriegt er mehr, oder wenn er aufzeichnet, kriegt er mehr, und das prägt die Leute natürlich, weil es beginnt immer bei den Zahlen, dass man die im Griff hat, das ist das Erste. Über die Landwirtschaftskammern werden verschiedenste Beratungsmodule angeboten, je nachdem, was man braucht. Über die Verbände, die ganz wichtig sind, die Erzeugergemeinschaften, die Molkereien, die bieten auch Dienstleistungen an, um sich weiter zu verbessern. Also da gibt es nicht eine Lösung, da gibt es viele Angebote, und was wir sehen, die höher bildenden Schulen bei uns, die wir haben, die HBLFAs, die HBLAs, die sind hervorragend, und die Maturanten, die dort hinausgehen, da wissen wir, 50 Prozent von denen gehen auf Betriebe, 50 Prozent machen eine weitere höhere Ausbildung. Also das Bildungsangebot ist da in Österreich, dann haben wir die LFI-Kurse, es gibt alle möglichen Angebote, und man muss sie einfach nützen, man muss sie nützen, das Angebot ist da, sehr vielfältig, manchmal auch sehr günstig, wir unterstützen da nach Möglichkeiten, und das führt am Ende dann zu einer Verbesserung des Prozesses, da bin ich mir sicher, dass dann auch die Betriebsführung im Management, dass das einfach dann auch besser gelingt. Man merkt, dass bei der jungen Generation jetzt so die Bürokratie gar nicht so extrem arg gesehen wird, sondern dass das einfach ein ganz normaler Prozess ist, wie dass wir jetzt alle, keine Ahnung, auf einmal zur Kassiererin werden und uns selber abkassieren, wo wir in einem Supermarkt sind, oder halber der Banker sind, was man früher in der Filiale gemacht hat, macht man jetzt mit Online-Banking und so weiter, und ich sehe gar, die nächste Generation der Bayerinnen und Bauern sehen eigentlich diese ganzen Dokumentationen transparenter sein, gar nicht so als bürokratische Hürde, sondern einfach das, was zu tun ist, weil sie eigentlich auch dann, wenn sie jetzt zum Beispiel auch wirklich Buchhaltung machen und so weiter, natürlich eh wissen, dass diese Dinge einfach zu tun sind. Kommt dieser ganze bürokratische Widerstand quasi, kommt der eher von der älteren bäuerlichen Struktur, oder wie siehst du das, oder ist das generell einfach was? Du hast ja jetzt, was den Green Deal betroffen hat, wieder da auch ausgesprochen, und das man eigentlich entbürokratisieren sollte. Betrifft das wirklich die nächste Generation auch so stark? Also da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, ja, es ist so, dass die Jungen mit der Digitalisierung, mit Kommunikationstechnologie viel besser umgehen können. Natürlich, ganz logisch, wie die Älteren, das ist überhaupt kein Thema. Die sind auch sehr offen, wenn wir anschauen, wie viel die Anträge elektronisch erfolgreich machen können, abwickeln können, die Buchhaltung alles elektronisch machen. Aber das ist der eine Part. Der andere Teil ist, und da sind die Ergebnisse sehr, sehr klar, die Bäuerinnen und Bauern insgesamt sehen als die größte Bedrohung, dass das erste Problem, diese steigenden Anforderungen, die daherkommen, an zweiter Stelle dieser bürokratische Mehraufwand, der immer Hand in Hand geht. Also insgesamt dieses Gefühl, fremdbestimmt zu sein, in Mischung mit bürokratischem Mehraufwand, und das ist insgesamt ein großes Problem. Und warum? Weil Sie sehen, auf der anderen Seite, alles, was da an Mehrkosten kommt, an höheren Anforderungen, das im Preis unterzubringen beim Produkt, das ist sehr, sehr schwierig. Also das ist oft eine gegenläufige Entwicklung, und das ist genau das Thema auch mit dem Green Deal, mehr drauf, Entwaldungsverordnung, Wiederbürokratie, Renaturierung. Keiner weiß noch, was das jetzt genau heißt. Aber es heißt vor allem mehr Bürokratie und mehr Anforderungen. Und auf der anderen Seite der beinharte Kampf auf dem Markt, dass man bestehen kann, Lebensmitteleinzelhandel, wenn wir hinschauen, was ist derzeit relevant für den Konsument? Na, der Preis. Über 90 Prozent, so fängt es an. Also da den vollen Druck beim Preis, auch wenn man die eigenen Standards erhöht, und da immer höherer Anspruch, mehr zu leisten, verbunden mit Bürokratie. Das ist eine toxische Entwicklung, und deswegen kämpfen wir dafür, dass es da einfach andere, gegenläufige Entwicklungen gibt. Dass die Leute nicht mit Verboten und Bürokratie konfrontiert werden, sondern dass wir kluge Anreize schaffen, die motivieren, weil wir wissen, Verbote und Bürokratie, die entmutigen, die demotivieren. Und wir brauchen genau das Gegenteil in Zeiten des Klimawandels, wo wir Innovation brauchen, wir neue Ideen brauchen, damit wir die Betriebe anpassen können, an die geänderten Umstände den Klimawandel schaffen können und innovativ bleiben, um uns auf die Produkte zu konzentrieren, auf unsere Arbeit zu konzentrieren, um Einkommen zu erwirtschaften. Das ist nämlich am Ende immer das Entscheidende. Ohne Einkommen, ohne wirtschaftliche Perspektive nützen die anderen Umstände auch nichts. Wir können es dann einfach auch nicht leisten. Die ganzen Ökosystemleistungen, die unsere Bauern und Bauern ja so viel in vielfältiger Art und Weise erbringen. Da haben wir natürlich einen riesengroßen Zielkonflikt eigentlich. Einerseits, sagen wir, Transparenz würde eigentlich dazu führen oder führt dazu, dass man einfach die Sicht auf das hat, wo steckt eigentlich dahinter, hinter dem Lebensmittel und dass der Mensch einfach noch der einzelne Konsument wieder bewusste, wertebewusste Konsumentscheidungen treffen kann überhaupt. Wenn er die Sicht nicht auf das hat, was dahinter steckt, ist es natürlich schwierig, einen Unterschied überhaupt zu erkennen. Dann ist der einzige Unterschied über der Preis natürlich. Jetzt hat man natürlich das Dilemma, Transparenz kostet mehr aufwand, wie du jetzt sagst. Das ist einfach mehr Arbeit, dass ich das herzahlen kann überhaupt. Und gleichzeitig zahlen wir für das nicht. Ich denke mir voll oft, also da mache ich mir voll gerne ein Gedankenexperiment. Warum kann man nicht einfach machen, dass die Lebensmittel, die jetzt zum Beispiel ökologischer produziert werden oder wo einfach gewisse Werte dahinter stecken, dass die einfach günstiger sind wie Lebensmittel, die was dann ja eigentlich gar nicht auf die Ökologie schauen oder gar nicht auf das Tierwohl schauen und so weiter. Warum sind das die günstigen? Warum kann es nicht einfach umdreht sein? Weil Produkte, die zu höheren Standards hergestellt werden, einfach höhere Kosten bedeuten. Genau, aber würden wir das zum Beispiel subventionieren, dass man sagt, man sagt biologische Landwirtschaft oder was auch immer, für was man sich nachher auch ausspricht, würde man eigentlich subventionieren, dass man eigentlich gar nicht selber dann als Bayerinnen und Bauern für die Kontrollen und so weiter zahlen muss oder für die Standards, die was man eigentlich hat, sondern man sagt, das ist das Mindestmaß. Und alles, was drunter ist, die müssen eigentlich Penale und Strafzahlen, weil es eigentlich nicht auf die Tiere vielleicht so schauen, wie andere oder beziehungsweise nicht so Tierwohlvoraussetzungen schaffen oder keine ökologischen Voraussetzungen. Das ist immer so, ich weiß, ein kurzes Gedankenexperiment. Das ist eine ganz wichtige Frage und da müssen wir jetzt wirklich in die Untiefen der Agrarpolitik hinabsteigen und ganz unten beginnen wir in der Handelspolitik. Die stecken den Rahmen für die Umsetzung der Agrarpolitik und da bin ich bei den Spielregeln der Welthandelsorganisationen. Und was heute nicht mehr geht und was man früher gemacht hat, ist Preise zu stützen. Das wäre zum Beispiel der Gedanke, jemand, der sehr ökologisch produziert, der kriegt einen anderen Preis. Das geht nicht. Das Einzige, was... Wir haben ja Ziele, die eigentlich drüber gesetzt sind, zum Beispiel ökologisch-klimatechnische Ziele, die wir hier drüber stehen. Und dann müssen wir eigentlich sagen, okay, das ist jetzt keine Subventionierung quasi, man macht es anders. Man sagt, der Preis darf nicht gestützt sein, weil er verzerrt und damit bildet sich da am Markt was ab. Also es ist etwas so billig, obwohl es wesentlich teurer sein muss oder umgekehrt. Was man aber tun kann, ist Ökoleistungen abgelten auf der Fläche und deswegen unterstützen wir die biologische Landwirtschaft. Wenn eine Fläche biologisch bewirtschaftet wird, dann kriegt sie eine bestimmte Abgeltung des Mehraufwandes. Das heißt, deswegen umweltgerechte Landwirtschaft, jemand nimmt teil, freiwillig am Umweltprogramm und kriegt diese Mehrleistungen abgegolten über die Flächenzahlungen. Das ist unser Ansatz. Und am Ende, die Preise bilden sich dann am Markt, aber die dürfen nicht irgendwie beeinflusst sein. Also das ist der Zugang, der wird uns vorgegeben in der Agrarpolitik aus diesen handelspolitischen Vorgaben heraus und da kommt man nicht aus. Das ist einfach die Realität und mit der stellen wir uns. Aber wir müssen sagen, wir machen es in Österreich sehr gut. Kein einziges Land in der Union hat so viele Biobauern oder so viel biologisch bewirtschaftete Fläche. Kein anderes Land in der Union schafft es, dass so viele Bergbauern, auch wenn sie so kleinstrukturiert sind, weiter wirtschaften und wirtschaften. Wir haben bewirtschaftete Almen. Das würde ohne unseren Weg, unseren Ansatz in der Agrarpolitik niemals möglich sein. Und auf das sind wir stolz. Und der funktioniert auch sehr gut, dieser nachhaltige, umweltorientierte Ansatz in der Landwirtschaft. Er wirkt sich nur noch nicht wirklich auf den Preis aus, aber man könnte natürlich, also es könnte sich alle lang eigentlich auf den Preis irgendwie auswirken, oder? Wenn man Umweltthematiken einpreisen würde quasi oder beziehungsweise berücksichtigen würde. Also da muss man in Österreich auch eines ein bisschen hervorstreichen. Es ist in den letzten Jahrzehnten gelungen, gemeinsam mit den Partnern einer Wertschöpfungskette bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel den Wert von Qualität zu positionieren. Also wenn wir anschauen, wir sind in Europa, was biologische erzeugte Lebensmittel betrifft, an zweiter Stelle noch Dänemark. Also die Konsumenten kaufen am zweitmeisten biologische Lebensmittel in Österreich im Vergleich zu anderen. Das heißt, es gibt andere Länder, die hat das ganz einen anderen Wert. Da ist ausschließlich oder fast nur der Preis relevant. Und das ist nur gelungen, weil wir da zusammengehalten haben in der Wertschöpfungskette. Und diesen Weg wollen wir ja weitergeben. Wir wollen ja sagen, den Anteil der biologisch bewirtschafteten Flächen, den wollen wir weiter ausbauen. Den Anteil der biologisch erzeugten Produkte, die verkauft werden im Lebensmitteleinzelhandel, die wollen wir, dass das sich weiter positiv entwickelt. Wir wollen darüber hinaus Produkte, zum Beispiel im Fleischbereich, Tierwohlprodukte, dass die einen besseren Preis erzielen und dass die am Markt, diejenigen, die das kaufen, einfach größer wird, die Anzahl größer wird. Da hilft uns vielleicht auch, dass in Österreich wir die Situation haben, dass da ein Wertewandel bei den Konsumenten und Konsumenten stattfunden hat. Das wisst ihr ja auch aus eurer Beobachtung. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, zum Beispiel in Zeiten der Inflation, dass doch das Segment der Jena, das Konsument, die Bio kaufen, relativ stabil geblieben ist. Wie in anderen Ländern ist das massiv eingebrochen. Einem Kollegen, im Agrarministerrat in Brüssel, erzählt Frankreich zum Beispiel, dass viele wieder aus Bio aussteigen, Bauern, weil sie sagen, der Markt ist nicht da und die Konsumentinnen und Konsumenten nicht da. Wir haben in Österreich ein bisschen eine andere Situation und unser Anspruch ist es, da weiterzubauen. Gemeinsam mit den Partnern in der Lebensmittelkette, in der Wertschöpfungskette, also diese rot-weiß-rote Partnerschaft, die müssen wir weiter stärken. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Weg, um unsere Qualitätsstrategie, um unsere Qualitätsansprüche auch in Zukunft leben zu können. Ich höre natürlich immer wieder von den Konsumenten, dass sie eigentlich glauben, sie haben nichts in der Hand und so weiter. Jetzt bei unserem letzten Report, was wir rausgegeben haben, zum Lebensmittelkonsum, ist eigentlich auch ganz klar, so können wir, dass eigentlich sehr viele Lebensmittel schon da liegen. Also Tierwohl produzieren wir mehr, wie was wir uns abholen. Wir produzieren mehr biologisch, wie was wir uns abholen. Das heißt eigentlich, muss man fast sagen, weil man oft sagt, es ist eine Henne-Ei-Geschichte, ist eigentlich überhaupt nicht. Die österreichische Landwirtschaft hat eigentlich schon längst den ersten Stein geworfen. Also es wird mehr produziert für Dinge, was gesellschaftlich eigentlich gefordert werden. Sie werden nur noch nicht abgeholt in der Menge. Das heißt, man ist eigentlich eh schon in einer gewissen Vorleistung. Das beeindruckt mich immer sehr an österreichischen Landwirtschaft, dass man eigentlich wirklich, also jetzt seit zehn Jahren bin ich mit Landschaft leben am Weg und muss ganz ehrlich sagen, wo ich hinschaue und was wir so recherchieren, bin ich immer wieder beeindruckt, wie innovativ und wie wir eigentlich schon weitsichtig oder weit vorausdenkend, wie Dinge angängen, wie auch sehr interdisziplinär, muss ich sagen, also zwischen konventionell und biologisch eigentlich agiert wird. Das kommt gar nicht außen, draußen so an, aber man arbeitet ja da ganz, ganz intensiv zusammen, um auch einfach eine gewisse Bodenvitalität aufrechtzuerhalten und so weiter. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und das hat mich jetzt auch volltaugt beim Konsumbericht, einfach einmal das herzuzagen, dass wir eigentlich da als Konsumenten jetzt am Zug sind. Also Gratulation einmal zu diesem Konsumbericht, das ist total spannend, kann ich nur weiterempfehlen. Um was geht es? Eigentlich um das, was die Fokusgruppe, in der du dabei warst, beim Missionsprozess erarbeitet hat. Wir haben einfach die Situation, dass immer weniger Konsumentinnen und Konsumenten Bescheid wissen, wie Landwirtschaft funktioniert und das ist kein Vorwurf, das ist einfach aus der Lebensrealität heraus, wenn man in der Stadt oder irgendwo in superbauenden Bereichen aufwächst, wie soll man das wissen? Früher hat man das einfach sehr, weil es bäuerlicher geprägt war oder wenn man Verwandte gehabt hat, hat man das irgendwie so mitbekommen und das ist der erste Schritt, wir müssen darüber reden, mehr darüber reden, als in der Landwirtschaft, wie wir produzieren. Wir müssen das ehrlich, sachlich diskutieren, weil wir wissen auch aus dem Missionsprozess, es gibt sehr viele Konsumentinnen und Konsumenten, die sehr offen sind für Informationen aus der Landwirtschaft, außer für Informationen der Bauern und Bauern, da machen zum Beispiel die Farminfluencer, ein super Job, die reden darüber, wie es ist und was ist, wie ist das Leben, wie produzieren wir an Milch, wie produzieren wir an Weizen, wie funktioniert das in der Tierhaltung, das ist ganz wichtig, als erster Schritt, ehrliche Informationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich den Anspruch muss man stellen, wir müssen sachlich bleiben in den Diskussionen, wir haben sehr oft die Situation, dass sehr viel Ideologie hineingemischt wird in die Debatten, das ist natürlich überhaupt nicht hilfreich, wir brauchen Sachlichkeit und wir brauchen einen festen Platz, auch der Wissenschaft in dieser Diskussion, die hat eine gewisse Aufgabe auch, um eine Korrektur zu machen und Wissenschaft, so sage ich jetzt auch ganz bewusst, in der Breite, weil ein einseitiger wissenschaftlicher Blick auf die Themen hilft auch nicht weiter, wir brauchen die Profis auch in der Wissenschaft, die Landwirtschaft unterrichten, wenn es einseitig wird, also nur die Ecke Biodiversität, dann wird es schwierig zu erklären, wie das wirklich funktioniert, wie kann er tragreich wirtschaften, weil am Ende geht es auch immer wieder um das, also wissenschaftliche Betrachtung, transparente Diskussion und am Ende Herkunftskennzeichnung, damit man beim Einkauf dann auch erkennt, aha, dieses Gütesiegel bedeutet das, weil wer weiß das schon, die Erhaltungskennzeichnung, was heißt das, das können viele, glaube ich, nicht wirklich zuordnen und um das zuordnen zu können, brauchst du die Voraussetzungen, wissen, wie es ist, drüber reden und am Ende kennzeichnen und einfach die Kaufentscheidung transparenter zu machen und den Konsument in seiner Kaufentscheidung auch zu unterstützen und da macht Landschaftsleben eine super Arbeit, sage ich ganz offen, weil sie auch nicht nur die sachliche Diskussion in der Produktion, sondern auch die Arbeit, die erfolgt in den Schulen, diese Angebote an die Lehrerinnen und Lehrer, die sind total wichtig, es gibt ein riesiges Interesse in den Schulen, dass man einfach auch Lehrmittel zur Verfügung stellt, Unterlagen zur Verfügung stellt, wo einfach dann im Unterricht das einfließen kann, wie schaut es aus tatsächlich auf den Betrieben, wie wird er gewirtschaftet. Und vorher wichtiger Punkt, ich war bei meiner Fokusgruppe, wo es um einen Dialog mit der Gesellschaft eben gegangen ist, sehr erstaunt, ich war sehr divers aufgestellt und ich habe wirklich immer gedacht, ich setze mir sehr, sehr viel Brühen immer auf, also ich möchte immer auch sehr sachlich bleiben und an der Sache arbeiten und die Dinge auch transparent natürlich herzeigen und da muss man sich immer ganz viel Brühen aufsetzen. Wir waren dann so divers aufgestellt, dass ich echt ein paar Brühen noch nie aufgehabt habe, glaube ich, in dem Sinn, weil für mich eigentlich immer klar war, in den Schulen muss dieses Wissen zum Essen eigentlich platziert werden, es muss auch eine andere Zukunft zum Essen passieren in Schulen, so sehr geht es auch flächendeckend in Österreich, also wir müssen dann eigentlich schauen, dass wir einen gesunden Lebensstil in allen Schulen flächendeckend, ausnahmslos etablieren. Und das Thema Essen liegt mir natürlich sehr am Herzen oder Lebensmittel generell und dann sind da natürlich auch andere Sichtweisen, wo man sagt, naja, aber wieso nimmt sich eigentlich das Essen so ernst in dem Sinn oder wieso ist das so wichtig? Es sind ja viele andere Themen viel, viel wichtiger und dann heißt es einmal ein paar so andere Themen, natürlich Digitalisierung, Migrationshintergrund, was auch immer, die Themen sind alles voll relevante Themen, aber für mich ist dann immer wieder natürlich die Sache, dass ich mir denke, okay, jetzt erst muss ich mich mal gut versorgen, sonst kann ich eigentlich gar nichts. Was ist die Thematik jetzt rund um den Zuzug quasi? Jetzt habe ich gerade mit dem Bildungsdirektor vor ein paar Wochen gesprochen, dass die nächsten Volksschulklassen quasi, dass ein Großteil der Eingeschulten in gewissen Bezirken einfach auch mit Migrationshintergrund Kinder sind, wo man einfach merkt, die haben natürlich andere Kultur, andere Tischkultur und eine Zugung zu Ernährung. Ich merke das auch, wenn ich mich mit Handelsketten austausche, dass einfach so ein Keiner ist wichtiger, zum Beispiel, dass das Halal hergestellt ist, wo die Herkunft ist. Die Herkunft ist wurscht. Und natürlich sieht man da, da wäre eigentlich ein voller Handlungsbedarf, dass man wirklich Integrationsaktivitäten setzt, gerade in dem Kindesalter quasi. Was sind da so Perspektiven? Wie kann man da die österreichische Landwirtschaft da aufs Teller holen eigentlich mit so einem Migrationshintergrund? Also wir wissen auch aus dem Umfang heraus, man sagt, die Leute fragen, was ist da wichtig? Das fängt dann an mit der Gesundheit. Gesundheit ist für die Leute wichtig. Das zweite, Essen. Geschmack, ja. An zweiter Stelle, Urlaub. An dritter Stelle. Und sage zweiter. Also das ist ganz oben angereiht. Da muss man klar sein, wie die Wertigkeit ist. Und das zweite ist, Essen, gesundes Essen, da braucht es Kompetenz in der Ernährung. Wie koche ich? Wie bereite ich etwas zu? Und da rennen wir ja seit vielen Jahren einfach mit der Forderung, dass man ein Fach einführt, Ernährung, Essen, Ernährungskompetenz. Das ist etwas eigentlich sehr, sehr Entscheidendes. Und dafür werden wir weiter kämpfen. Das ist aus meiner Sicht ein sehr notwendiges Fach. Und da würde man sich in den Schulen wieder treffen, weil gesundes Essen, das ist für alle ein Anliegen. Und natürlich hat jede Kultur ihre Spezialitäten oder ihre Eigenheiten. Aber am Ende trifft man sich immer beim Thema gesundes Essen, Gemüse, Fleisch, Obst. Ich glaube, das wäre der richtige Ansatz, wo man sich wieder trifft, wo man eine Integration auch unterstützen kann und Eigenheiten werden bleiben. Und da ist mein Ansatz auch ganz einfach, die österreichischen Bauern und Bauern liefern, was gebraucht wird am Markt. Und wir machen das mit höchster Qualität. Und mit der besten Frische, die wir produzieren können. Also, wo die Nachfrage ist, da wird es auch ein Angebot geben. Du bist ja Verfechter der Versorgungssicherheit, was ein wesentlicher Faktor ist für uns seit Corona. Spätestens da ist uns alle bewusst worden, vorher war das irgendwie in der Gesellschaft nie so ein Thema. Wir schauen es aus, können wir das nicht in der Verfassung zum Beispiel verankern, dass wir uns eigentlich in Österreich selbst versorgen könnten, zukünftig oder sollen. Dass das nicht immer wieder ein Thema ist mit jeder Legislaturperiode und wieder diskutiert wird. Kann man das nicht einfach in die Verfassung einschreiben? Das steht schon in der Verfassung. Wir haben eine Staatszielbestimmung, die haben wir beschlossen im Verfassungsrang im Jahr 2013. Da steht unter anderem drin, die Versorgungssicherheit. Ist zu gewährleistend oder was ist da? Dass man es versucht, auch im Inland. Warum auch im Inland? Weil man natürlich unmöglich in Österreich die gesamte Palette, die nachgefragt wird, zu produzieren. Das Beispiel Südfrüchte oder Obst und Gemüse. Da haben wir eine gewisse Lücke, die wir einfach durch Importe schließen müssen. Also wir sind nicht zu 100 Prozent autark in der Lebensmittelversorgung. Wir sind in vielen Bereichen ausgezeichnet. Milch, Fleisch, also einfach, was die Topografie und die Geografie Österreichs hergibt, da sind wir gut. Aber es gibt Produkte, die wir in Österreich einfach, wo nicht die Voraussetzungen sind, die klimatischen Voraussetzungen nicht sind. Das heißt, es wird immer wieder einen Handel geben. Aber der Anspruch ist, in der Selbstversorgung so gut wie möglich uns aufzustellen, auf Basis von bäuerlichen Familienbetrieben. Die sind krisenresistent, die sind krisenresilient. Die liefern auch, wenn der Sturm geht, wenn die Grenzen dicht sind. Versorgungssicherheit ist ein Thema in Österreich, aber auch in der gesamten Europäischen Union. Und das ist beitragfasst. Da geht es um Energiesicherheit, Lebensmittelsicherheit, da geht es um Rohstoffverfügbarkeit, erneuerbare Rohstoff. Das ist ein großes Thema in der Europäischen Union. Und ich hoffe, dass die künftige Kommission das auch in ihr Arbeitsprogramm entsprechend aufnimmt und berücksichtigt. Und es zeigt auch, welchen Wert die Landwirtschaft und die eine eigenständige Produktion hierzulande hat. Wie ist das jetzt festgelegt? Also in dem Sinn, dass man sagt, Österreich kann sich gut und ausreichend mit Energie versorgen, wie du jetzt sagst, aber ein bisschen natürlich nicht in der Breite mit Zitrusfrüchten oder sonst irgendwas, obwohl wir da auch durch die Klimaveränderungen auch schon an einem guten Weg sind, dass wir Dinge quasi jetzt produzieren können, die wir früher nicht produziert haben, das wird sich vielleicht auch noch ein bisschen verändern. Aber grundsätzlich, was heißt das jetzt in der Verfassung? Das heißt, wir sollen uns ausreichend mit Energie versorgen können immer oder einfach nur gewisse bäuerliche Struktur aufrechterhalten? Oder wie ist das verankert? Es ist eine Stadtszielbestimmung. Also man hat sich geeinigt, das festzuhalten. Aber am Ende des Tages braucht es natürlich weitere Rahmenbedingungen, um so eine Zielsetzung zu erreichen. Da braucht es die richtige Agrarpolitik dafür, die richtige Unterstützung für die Bäuerinnen und Bauern. Sonst ist das natürlich so nicht machbar. Und völlig richtig angesprochen, der Klimawandel, der wird einiges ändern in den nächsten Jahren. Wir sehen es im Pflanzenbau. Also klimafitte Sorten werden gezüchtet und entwickelt. Ganz dramatisch sehen wir das im Wald. Der Wald ist einfach aufgrund des Klimawandels, da ist sehr viel in Bewegung. Wir sehen große Schäden durch Extremwetterereignisse, Sturmschäden, Schneedruck, dann kommt der Borkenkäfer, dann gibt es große Kahlflächen. Also da muss man auch bei den Baumarten schauen, dass wir Baumarten anpflanzen, die andere Temperaturen aushalten. Also das ist jetzt eine Dynamik, die wir da begleiten. Man muss auch wissen, es gibt immer neue Neophyten, also Pflanzen, die bei uns eigentlich vorkommen, sich ausbreiten. Das Rackwit zum Beispiel oder der Götterbaum und so weiter und andere Krankheiten. Und da muss man sich laufend weiterentwickeln und den Anspruch, die Selbstversorgung zu halten, muss man auch unter dem Aspekt sehen, dass andere Anforderungen kommen aus der Gesellschaft. Biodiversität, Renaturierung, also da kommen andere Prioritäten, die gesetzt werden. Und unser Zugang ist der, zu sagen, okay, Biodiversität, das ist etwas, das leben wir schon in Österreich. Wir haben die Flächen ausgeweitet, die Biodiversitätsflächen. Wir haben auch im Waldbereich, es gibt mehr Wischwald, das ist einfach ein Prozess. Aber diese Ziele sind immer auch aus unserer Sicht unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit zu werten und zu sehen. Die Versorgungssicherheit ist zentral. Das andere machen wir mit. Aber wenn die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet ist, dann werden wir abhängig, dann steigen die in Bord und das ist etwas, was wir nicht wollen. Also grundsätzlich eh, wenn wir noch mal kurz in das Einigängen, also jetzt Klimaanpassung einerseits, da finde ich auch immer, dass man in Österreich sehr innovativ ist und sich wirklich dem auch stört. Das finde ich auch, also jetzt nicht irgendwie da abwartend ist, sondern schon immer sehr proaktiv, wissenschaftlich da auch einigeht. Das ist sehr beeindruckend, wo man da mal durch einigeht. Vielleicht steigen wir ganz kurz in zwei Themen, die sehr akut sind, quasi jetzt da ein bisschen einerseits die Entwaldungsverordnung, wo wir in Österreich natürlich auch auch eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten einen Zuwachs an Wald haben, europaweit natürlich auch, quasi Abholzung eher im globalen Süden erfolgt, auf Basis dessen diese EU-Verordnung quasi ins Leben gerufen worden ist. Jetzt hat das, was hat das jetzt für Österreich für ihre Auswirkungen? Grundsätzlich ist es ja so, dass wir eigentlich eh schon in die Richtung arbeiten, wo man als EU quasi hinschauen möchte. Also vielleicht ganz kurz, weil davor das Klima angesprochen wurde. Wir haben in Österreich eine der klimafreundlichsten Produktionen, Lebensmittelproduktionen in der EU. Wenn es um die Produktion von Rindfleisch geht, also da gibt es ja diese CO2-Äquivalente, also umgerechnet Emissionen pro produzierten Kilogramm Rindfleisch, da sind wir bei 14 Kilo, sind wir an der Spitze, bei der Milch sind wir unter einem Kilo. Wir sind da schon sehr gut und wir wollen aber noch besser werden. Da forschen auch unsere Bundesanstalten, Raunberg Kumpenstein macht eine sehr wertvolle Arbeit. Also wir ziehen auch die Wissenschaft auf der BOKO, wir ziehen da die Experten zu und wir wollen besser werden. Und wir wollen gleichzeitig auch natürlich die Produktion aufrechterhalten. Aber diesen Anspruch nehmen wir mit, auch für die Zukunft. Wir wollen einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, aber so, dass wir Produktion sicherstellen können. Das ist zum Ersten. Zum Zweiten die Entwaldungsverordnung. Die Entwaldungsverordnung, das Ziel, das grundlegende Ziel, also die illegale Abholzung des Regenwaldes, wo auch immer in der Welt, maßgeblich zu reduzieren oder gar einzustellen, ist natürlich ein richtiges Ziel. Die Frage ist, wie setzt man es um? Und da kommt wieder das Handelsregime dazwischen und das besagt, was ich den anderen zumute, das muss ich offensichtlich selber ertragen oder mir selber vornehmen. Und dann kommt die Situation, dass für bestimmte Produkte es in Hinkunft notwendig ist, dass wenn diese Produkte verkauft werden, die Produzenten das eintragen müssen in eine Datenbank. Konkret sind das Rindfleisch, Soja, Holz. Das ist relevant für Österreich, Ballmöhl etc. Das ist nicht relevant. Und da ist jetzt jeder Bauer, muss jetzt hergehen und wenn er ein Holz verkauft, wenn es nur Brennholz ist, also wenn er es in den Verkehr bringt, muss er das registrieren in der Datenbank. Wie viel Menge ist es? Wo hat er das Holz geschlägert? Oder wo ist der Soja angebaut worden? Also man hat einen bürokratischen Mehraufwand plötzlich für jeden und das in einem Land, wo jedes Jahr die Waldfläche sich ausweitet um 2.600 Hektar. Also die letzten Jahre seit 1960 haben wir 330.000 Hektar mehr Waldfläche. Also der Wald wächst hoch und den Bauern und Bauern das zu erklären, das ist einfach schwierig. Ich verstehe es, aber die sagen, ihr verlangt von mir da jetzt wieder mehr Bürokratie, mehr Aufwand für was? Für was? Schaut bitte, dass das für uns so einfach wie möglich ist. Am besten, dass wir eine Regulierung schaffen, wo wir Länder, die kein Entwaldungsrisiko haben, von diesen Vorschriften ausnehmen. Das wäre unser Ziel. Aber Fakt ist, es ist alles beschlossen, es ist in Kraft gesetzt. Diese Verordnung gilt schon und die Anwendung beginnt mit 2025, 1.1.25 und wir kämpfen jetzt auf europäischer Ebene dafür, dass die Anwendung verschoben wird, weil wir nach wie vor nicht genau wissen, wie das umgesetzt werden soll. Die Kommission ist sehr säumig, wir wissen nicht, wie die IT ausschaut, in die man das Ganze eingeben muss, wie die sogenannten Leitlinien ausschauen, also die Beschreibung, was genau und wie genau wird das jetzt alles registriert. Es gibt nicht die Risikoeinstufung noch für Österreich, wir müssen zusätzlich Personal einstellen, um das zu kontrollieren. Und da sind wir nicht allein in Europa mit der Kritik. Wir haben das im Agrarministerrat beschlossen, über 20 Mitgliedsländer von 27 haben gesagt, ich habe es vollkommen recht, wir sollten die Anwendung verschieben und wir sollten auch darüber reden, was kann man da besser machen in dieser Verordnung. Das ist eine Tatsache und dafür kämpfen wir und das lohnt sich auch zu kämpfen, weil wie gesagt, wir haben schon strenge Regelungen in der Landwirtschaft, immer höhere Standards, strenge Regelungen im Wald und dann noch einmal was drauf, was man nicht erklären kann, und das ist verständlich, warum da die Kritik so breit ist. Warum setzt man sich nachher im Nachhinein immer ein? Gibt es da nicht, es gibt ja auch so Arbeitsgruppen auf EU-Ebene und so weiter, wieso bringen sich die ganzen Länder, die was da eigentlich nachher schon Bedenken haben und das auch richtig einschätzen sozusagen, warum bringt man sich da nicht vorher ein, bevor nachher die Beschlussfassung erfolgt? Oder bringt man sich hier ein und hat einfach nicht die Kraft der Durchsetzung? Man hat sich eingebracht, aber man muss auch sehen, das ist ein Green Deal, der in Wahrheit eine Strategie ist und drei Schwerpunkte hat, Emissionen reduzieren, Biodiversität stärker und das dritte ist die Transformation, unterstützen. Der Green Deal als Wachstumsstrategie hat eine riesige Lawine an Gesetzesflut ausgelöst, in Wahrheit, und dann mit der Pandemie, die Leute waren daheim oder in Brüssel, ist das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durchgepeitscht worden und dann ist es schon gelungen, die ein oder anderen Dinge zu entschärfen in dieser Verordnung, aber man hat damals nicht erkannt, was das eigentlich konkret dann in der Umsetzung bedeutet. Das ist dann mehr und mehr zu Tage getreten, weil das nur ein von vielen anderen Gesetzen ist. Also ich sage ein Beispiel, über 130 Gesetzesvorhaben sind im Rahmen des Green Deal geplant worden, auf den Weg gebracht worden, über 40 betreffen die Land- und Forstwirtschaft und die Wasserwirtschaft. Über 40, also es ist eine riesige Anzahl an Gesetzen mit enormen Konsequenzen und man muss sagen, das eine oder andere wird erst sichtbar werden, was das konkret bedeutet und wir haben deswegen auch letztes Jahr gesagt, wir brauchen jetzt eine Kurskorrektur. Wir brauchen eine Kurskorrektur, das ist zu viel an neuen Vorschriften, an Verboten, an Bürokratie, wir brauchen einen Stopp, wir brauchen auch eine andere Ausrichtung, wir brauchen eben eine Politik der Anreize und nicht der Verbote und das ist, in dieser Dynamik ist das entstanden und ja, was ist jetzt die Antwort drauf? Eine Antwort wäre, das hat unter Kommissionspräsident Juncker, das war also in der vorigen Kommission, hat es einen sogenannten Fitness-Check gegeben. Was ist das? Dass man einfach die Gesetze, die man beschlossen hat, nochmal prüft, was sind die Auswirkungen dieser ganzen Beschlüsse und zwar nicht nur auf jedes Gesetz rübergebrochen, sondern in ihrer Gesamtheit das Bewerten und zu schauen, was heißt das für die Wettbewerbsfähigkeit, für die Beschäftigung, für die Einkommen der Betroffenen. Das fordern wir, ist notwendig, um auszusodieren und eigentlich eines zu garantieren, dass Europa wettbewerbsfähig bleibt, die Bauern und Bauern wettbewerbsfähig bleiben, die Versorgungssicherheit erhalten bleibt. Ich glaube, das ist ein ganz zentrales Ziel und da fällt der Aspekt hinein. Wo ich mir natürlich jetzt auf das fokussiere, dann habe ich gleichzeitig die Sicht auf das verloren, natürlich, dass wir eigentlich möchten, dass der globale Süden quasi nicht abholzt und dass wir vor allem die Dinge nicht importieren. Wird das nachher auch unhold gestellt oder sagt man, okay, das würden wir gerne weiterverfolgen, aber da müssen wir ein bisschen aufräumen, weil das ist bürokratisch jetzt schon ein enormer Aufwand, der wieder nicht irgendwo einpreisbar ist? Also wenn jetzt Produkte importiert werden in Europa, dann müssen die diese Voraussetzungen erfüllen, wie gesagt, also müssen auch zertifiziert sein, entwaldungsfrei und wir sehen halt eines, es gibt Länder, die sagen, was ist da los, brauche ich in Europa, wollen sie eine neue Handelsbeherrn aufbauen, was wollen sie da? Und das ist das eine und das andere ist, wir sehen, dass die Zertifizierung schon gemacht werden kann und zwar von den großen Unternehmen. Also in der Entwicklung, wenn wir so weiter tun mit der Bürokratie, dann bleiben vor allem die Kleinen auf der Strecke. die kleinstrukturierte Landwirtschaft, die schaut dann durch die Finger und wenn jetzt in den globalen Süden schau, wenn die Großen nur das Geschäft machen, das können wir auch nicht wollen. Also da muss man, glaube ich, noch einmal darüber nachdenken, wie man das besser löst. Wenn man eigentlich die Kleinen da jetzt durchschleusen kann ohne bürokratischen Aufwand und im Endeffekt man doch trotzdem Transparenz hat, aber halt im Bausch und Bogen quasi, wie du jetzt gesagt hast, die Risikoeinschätzung eigentlich eines Landes könnte noch ein Ausschlag geben sein, dass man eigentlich nicht jetzt jede einzelne Handlung quasi noch dokumentieren muss, sondern dass man einfach sagt, das ist eh ein niedriges Risiko der Entwaldung, weil Österreich grundsätzlich Wald aufbaut und das schon seit Jahren, dass die einzelnen Betriebe wird das nachher nicht machen müssen. Das war so der Ansatz. Also ich sage es immer so, wenn unsere Bauern schon fragen, wir haben jetzt kein Entwaldungsrisiko, aber diese zusätzliche Mehrfahnd, ich möchte nicht wissen, was die Bauern sagen in anderen Ländern. Das heißt, wenn ich in Europa exportieren wollte, dann müsste ich diesen Tennis erfüllen. Also ja, aber eines ist klar, illegale Abwalzung des Regenwaldes wollen wir auch nicht und da muss man dem ganzen Einhalt bieten, aber man braucht aus meiner Sicht auch, man muss berücksichtigen, wenn man in Ländern unter einem in Ländern Vorschrift macht, die dieses Risiko nicht haben. Österreich, es gibt auch viele andere Länder in Europa auch, die sagen, wir haben dieses Risiko nicht, warum dieser Mehraufwand, kann man noch nicht klügere Lösungen vorschlagen und das ist eigentlich der Wunsch und das Ziel, dass man einfach nochmal darüber nachdenkt, wie kann man es besser regeln ohne diesen Mehraufwand und gleichzeitig aber trotzdem einen Beitrag leisten kann, um die Abholzung des Regenwaldes einzudämmen. Ein großer Aufruhr natürlich auch das Renaturierungsgesetz der letzten Wochen, ein Thema, das sehr, sehr viel Ängste schürt, natürlich, weil man noch nicht genau weiß, wo es von zukommt. Wir haben dazu eine Short, wer nichts weiß, muss alles essen, Folge gemacht mit Gaugitsch, um da einfach ein bisschen aufzuklären, was steckt eigentlich dahinter, kann ich nur empfehlen zum Nachreichen und wenn du ganz kurz herholst, also was ist jetzt eigentlich tatsächlich die Herausforderung der Bayerinnen und Bauern in Österreich diesbezüglich oder was ist zu befürchten, was jetzt oder die nationale Umsetzung, wie kann sie die gestalten? Also, Renaturierung, muss man eines sagen, es ist eine Verordnung, das heißt, sie gilt unmittelbar. Wir haben vorher im Naturschutzbereich Flora von Arbitat Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, andere Gesetzesgrundlagen gehabt, also da war es wirklich so, dass die Mitgliedsländer noch haben müssen Vorschläge erarbeiten, um die Zielsetzung in dieser Richtlinie zu erfüllen. Die Verordnung gilt unmittelbar. Sie sieht ganz klar Zeitpläne vor, bis 2030 so und so viel Prozent müssen renaturiert werden, wobei nicht drinsteht, welches Mitgliedsland wie viel Beitrag dazu leisten soll und zum Zweiten, es wird vorgesehen, ganz klar im Waldbereich, wie Indikatoren werden eingezogen, wie sich der Wald entwickeln soll. Jetzt kommt der zweite Punkt. Es ist ein Ansatz, der aus einem konservierenden Naturschutz herauskommt. Also man sozusagen, man schaut zurück, wann hat es einmal da ein Moor gegeben, wann hat es gewisse Naturräume gegeben in der Vergangenheit und die sollten wiederhergestellt werden. Wir haben aber einen Klimawandel und der Klimawandel verändert die Vegetation, verändert die Landschaften, braucht andere Antworten und da mit einem konservierenden Ansatz hineingehen, ist aus unserer Sicht total falsch. Wir müssen in die Zukunft schauen, wir brauchen da andere Antworten. Wie gesagt, wir haben schon Neophyten, also Pflanzen, die Einwandern, die Tiere, die Einwandern. Da kann man nicht mit einem Ansatz aus den vergangenen Jahrzehnten arbeiten, zum Beispiel Eschentrieb sterben. Naja, wenn die Eschen kaputt sind, soll ich wieder Eschen machen, wenn es nicht funktioniert, vielleicht brauche ich andere Lösungen. Also das ist ein zweiter Teil. Und der dritte Teil ist, es ist verpflichtend. Also wenn immer wieder genannt wird, ja, es passiert eh nichts und es ist eh freiwillig und könntest es eh vorschlagen, das stimmt nicht. Es sind ganz klare Ziele drin und die Länder müssen wieder Herstellungspläne vorlegen in zwei Jahren und wenn die Ziele nicht passen, dann muss noch geschärft werden. Und Thema Lebensmittelversorgung, es steht zwar drin in der Zielsetzung, ja, Ernährungssicherheit stärken, verbessern, aber wenn es in den folgenden Maßnahmen des Gesetzes nirgendwo untermauert wird, was nutzt mir diese Zielsetzung? Also am Ende führt es dazu, dass einfach weniger Fläche für die Produktion da sein wird. Das hat natürlich zur Folge, dass es weniger Lebensmittelproduktion geben wird und das sagt ja auch die Studie der Kommission, die das bewertet, ja, weniger Produktion, weniger Einkommen, mehr Abhängigkeit von Importen. Und das ist natürlich schon ein Thema, das muss man diskutieren, aber wie gesagt, die gilt jetzt, die Verordnung liegt am Tisch und wir werden natürlich jetzt schauen, wie wir damit umgehen und was man noch jetzt konkret als nächsten Schritt macht. Das heißt, es ist jetzt eigentlich auf nationaler Ebene, dass man mal quasi Lebensräume identifiziert, die, wie ich lese noch, geschädigte Lebensräume sind, das finde ich ganz spannend, den Begriff, gibt es denn irgendwie, gibt es eine Definition für die geschädigten Lebensräume, was ist ein geschädigter Lebensraum? Per Definition? Also die Frage natürlich, wenn man hinausschaut in die Kulturlandschaft und sich fragt, was ist jetzt da kaputt? Also wir haben eine wunderbare Kulturlandschaft, es ist halt so, dass es an gewissen Stellen nicht die Pflanzen oder die Bäume stehen, die laut Flore von der Habitat-Richtlinie oder halt wie es einmal der Naturraum war, stehen. Ich sage ein Beispiel, Wiener Wald, man hat halt keinen reinen Buchenbestand, sondern es sind halt Kiefern drin und Ahorn und andere Bäume und damit ist dieser Bestand nicht in einem günstigen Zustand, in einem guten Zustand. Also da müsste man faktisch eingreifen, um diesen, wer ursprünglich war, oder die Frage ist, wann ursprünglich, um diesen wieder herzustellen. Also das ist auch einmal eine spannende Frage, die man diskutieren muss. Das eine sind das Thema Moorflächen, da muss man sagen, wir haben da freiwillige Programme, Amore zum Beispiel, wo wir Bauern, die freiwillig ihre Flächen zur Verfügung stellen, wir investieren da, wir unterstützen das, um diese wieder zu vernässen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass wir eine gewisse Anzahl wieder vernässen müssen, wo wir nicht wissen, wo sind die und wer zahlt das? Denn das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Wer zahlt das alles? Die Kommission schätzt bis 2050, 154 Milliarden Euro kostet es in der gesamten Union. Ich weiß nicht, wie man auf diese Zahlen kommt, aber wer zahlt diese ganze Renaturierung, diese Wiederherstellung? Es sind dafür keine budgetären Mittel vorgesehen. Und ich habe einmal den Kommissar in einer Runde, in einer Agrarministerrunde gefragt, wer zahlt das? Woher kommen die Mittel? Und seine Aussage war, naja, die Länder kriegen ja eh Geld von der EU. Nur das ist halt auch eine einfache Antwort, wenn man weiß, die Länder, die wir, die Gelder, die wir aus der EU bekommen, die investieren in die biologische Landwirtschaft, in die Regionalpolitik, in Liederprojekte, in die Bergbauern. Also ich hätte jetzt da nicht die großen Spielräume entdeckt, um solche Projekte zu finanzieren, die natürlich Unsummen kosten. Also das Thema Finanzierung und das Thema auch Schutz des Eigentums für die Betroffenen. Wiedervernässung heißt, naja, das ist eh nur freiwillig für die Bauern. Naja, aber für die Länder ist es verpflichtend. Was tut das Mitgliedsland, wenn es dann die Fläche nicht zustande bringt? Was tun die? Die werden natürlich schauen, dass sie die Zügel enger ziehen und schauen, dass sie die Flächen zustande bringen. Das heißt, es wird erst wieder ein Druck ausgeübt auf die Eigentümer, auf die Bauern und Bauern. Das sind Dinge, die muss man ehrlich diskutieren. Mir geht es um eine ehrliche, um eine sachliche Diskussion. Wenn man ab und zu wieder was anderes unterstellt, mir geht es um eine sachliche Diskussion, um eine sachliche Betrachtung und dass man vor allem eines nicht vergisst. Es gibt neben der Ökologie immer auch die Ökonomie und die soziale Verantwortung. Ökosozialen nennen wir das und das ist nichts anderes wie der Anspruch, wenn wir Maßnahmen machen, dass wir die drei Säulen der Nachhaltigkeit in der Balance halten und aus meiner Sicht ist da eine Schieflage entstanden. Finde ich sehr spannend, deinen Zugang da, finde ich vorher wichtige Thematik, dass man da sachlich bleibt, weil das einfach was ist, wo es wahrscheinlich auch nicht jetzt ein schwarz-weiß auf keinen Fall gibt, sondern wo die Lösung irgendwo dazwischen liegt, weil wie du richtig sagst, immer die drei Nachhaltigkeitsaspekte, wo ich da sage, ich muss eigentlich da eine Balance halten, weil ich habe nur 100% zu vergeben, dann wird irgendwo dazwischen die Lösung liegen und werde ich nicht die Ökologie nur auf einen 100%-Tuner geben können, weil dann können wir weder uns selbst versorgen, noch werden wir das, wo wir jetzt stehen, als Gesellschaft, in einem gewissen Wohlstand wieder so angeht, dass wir irgendwann dann keine Maschinen zum Beispiel mehr hernehmen für irgendwelche Bearbeitung von verschiedensten Lebensräumen. Also ein ganz spannender Aspekt. Ich finde, dass dieser ehrliche Zugang oder diese Sicht auf das hat mir immer sehr gut gefallen bei der standardgerechten Landwirtschaft, wo man einfach schaut, was gibt die Topografie her, was gibt das Land gerade her, dass man eigentlich da die optimalen Rahmenbedingungen drumherum setzt, dass ich das mir dienlich mache und was außer generieren aus dem Land oder kann ich das Land eben zu ein Natura 2000-Gebiet machen oder was auch immer, was wir eigentlich auch schon sehr erfolgreich in Österreich finde ich umsetzen mit den Naturschutzgebieten und so weiter. Vielleicht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da hineingretschen darf. Wir haben 1,2 Millionen Hektar in Österreich, also fast 30% der Fläche des Landes steht in irgendeiner Weise unter Schutz. 30%. Also wir haben da schon sehr, sehr viel gemacht in der Vergangenheit. Also im Wald, Natura 2000-Flächen und es wird ja immer so getan, als ob nichts passiert wäre und als ob man die Biodiversität und die Natur vergessen hat. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben da sehr viel investiert und wir sind da vorbildhaft unterwegs aus Österreich und das stört mich wahnsinnig, wenn da jetzt die Debatte so rennt, jetzt braucht es unbedingt ein Gesetz, weil damit wir das Ganze retten und in dem Zusammenhang eine ist ganz entscheidend. Wer macht das alles? Es braucht ja die, die das Land besitzen, die das Land bewirtschaften, dazu, dass die Dinge passieren. Nur weil etwas verboten ist, heißt das noch lange nicht, dass etwas geschieht. Jetzt nehmen wir ein Beispiel her. Den Schutzwald. Naja, wenn ich einfach versage, da darf jetzt nichts mehr passieren, das muss jetzt sich selber überlassen werden, das Ganze kommt halt ein Sturm, sind die Flächen kaputt. Nein, wir brauchen bei solchen, zum Beispiel im Schutzwald, ganz konkret, den Mensch, der aktiv wirtschaftet, der unterstützt, der eingreift, wenn es Schadflächen gibt, der wieder aufforstet, der schaut, dass die Wälder gepflegt werden, das heißt, dass man immer wieder durchforstet, dass die Bestände sich rasch erholen, damit die Schutzwirkung wieder erreicht wird. Also da zu sagen, wir überlassen jetzt das einfach der Natur, und vielleicht wird da ein Urwald drauf, das ist einfach ein falscher Ansatz. Das muss ich auch ganz klar sagen. Also wir brauchen die Bäuerinnen und Bauern, die Forstwirte, die Landbewirtschafter, wenn es darum geht, diesen Klimawandel, diese Klimawandelanpassung zu bewältigen und nicht irgendwelche Verbote. Wir brauchen Anreize und engagierte, motivierte Leute und dann können wir das packen. Es geht eigentlich um eine Kulturlandschaft, wir wollen ja dort leben, wo wir eigentlich, also jetzt, oder wir müssen das eigentlich kultivieren, wo wir leben, sonst können wir dort nicht leben. Ich glaube, dass es vereinzelt sicher Möglichkeiten gibt, um da Renaturierung zu betreiben, weil zum Beispiel, ich lebe auf einem Hof, der eigentlich nicht mehr bewirtschaftet ist und natürlich beginnt bei uns zum Beispiel, eine gewisse Hutweite auszubreiten oder was auch immer, oder eben auch ein Moor wieder zu etablieren. Und wo ich das nicht bewirtschafte, weil das jetzt eine steile Leitende ist zum Beispiel, und dann sage ich, okay, ich kann da einen Schritt eigentlich himmachen, wo das so eigentlich wirklich, meines Erachtens, auch auf Freiwilligkeit sein. Einerseits und andererseits natürlich auch aus diesen Nachhaltigkeitsaspekten, wir möchten uns versorgen, wir möchten den Lebensraum, also Erholungsraum nutzen und eigentlich so gut wie möglich im Einklang mit der Ökologie das bewirtschaften. Das ist, glaube ich, viel mehr der Gedanke, den man hängen müssen, wie dass man eigentlich sagt, okay, das ist ein gewisser Prozentteil an Fläche irgendwie wieder umzuwitmen, beziehungsweise eine Landnutzungsänderung zu machen. Und die Frage ist halt aus klimatechnischer Sicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wo man unseren Klimareport durchliest, ist halt auch nicht immer unbedingt das Optimalste, zum Beispiel für die Biodiversität, wo alles verwaltet, muss man ja ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel, wie der Zielkonflikt ist, der grundsätzlich da ist. Also, um es noch einmal zu sagen, wir sind für einen Naturschutz, Vertragsnaturschutz, wir sind für, dass wir da besser werden und wir werden auch besser. Also, allein die Naturschutzflächen in der Landwirtschaft haben wir mit dieser reformierten Gap wieder ausgeweitet. Also, wir tun da sehr, sehr viel, aber wir sagen mit Anreizen, mit Anreizen arbeiten und nicht mit Verboten. Und wir brauchen den Mensch bei dieser Sache. Zu verordnen die Sache aus der Stadt, wir machen mal vor, wir verordnen das irgendwo aus einem Blickpunkt, ein Stadthaus, aus einem Blickpunkt einer gewissen NGO, dafür, da wird nichts geschehen. Wir müssen die Bauern und Bauern, die Landbewirtschafter mitnehmen und vor allem irgendwo auch diese Kosten abbilden. Wer zahlt das? Wer finanziert das? Auch über das muss man reden. Wenn die Finanzierung nicht da ist, na, was ist Geschichte dann? Nichts Geschichte. Also, schwierige Frage, aber Kulturlandschaft, um das noch einmal zu beleuchten. Wenn man die Österreicher und Österreicher fragt, die Österreicherinnen und Österreicher fragt, was schätzt ihr in eurer Heimat? Dann sagen sie die Kulturlandschaft. Also, an erster Stelle, bei vielen, vielen Umfragen. Also, irgendwas haben wir richtig gemacht. Und zum Zweiten, der Tourismus in Österreich. Naja, hätten wir unsere Kulturlandschaft nicht. Wo wäre der Tourismus? War der touristische Erfolg? Also, man muss hier auch immer die Leute mitdenken, die Wirtschaft mitdenken. Man muss schauen, wie gesagt, dass das in einer Balance ist. Dann können wir besser werden in allen Dimensionen, aber einseitig verordnen. Das ist aus meiner Sicht kein Konzept, das erfolgreich sein wird. Jetzt springe ich nochmal ganz woanders hin. Wie lebst du mit deiner Familie quasi diese österreichische Landwirtschaft? Wie schaut das bei dir daheim im Kühlschrank aus und überhaupt? Also, ich bin jemand, ich predige das jeden Tag daheim. Also, wir kaufen heimische Produkte, am besten Marken. Also, Marken, ich kaufe sowieso, also, einmal Gütesiegel drunter gibt es sowieso nichts und ich, was ich mache, ich kaufe sehr viel Bio, weil ich dafür eintrete, dass hohe Qualität einen gescheiten Preis kriegt und dann sage ich, dann gehe ich voraus. Das ist etwas, das ich vorlebe, so gut es geht. Ich muss aber auch sagen, die Lebensrealität bei mir ist natürlich auch nicht einfach, wie zum gemeinsam Frühstücken. Mittags sind wir irgendwo und am Abend sollte ich nichts essen. Sollte auch schon ein bisschen mehr drauf schauen, also, da geht es, da muss man gezielt einkaufen, das ist der nächste Punkt. Mir geht es darum, dass keine Lebensmittel verschwendet werden und Qualität kaufen, nichts verschwenden und in die Kinder das weitergeben und auch sagen, warum das wichtig ist. Gibt es vielleicht Rabattpicker auf die Lebensmittel? Nein, die lehne ich ab. Also, ich habe noch nie einen Rabattpicker genommen, aber ich verstehe natürlich, dass es Gesellschaftsgruppen gibt, die sehr genau aufs Geld schauen müssen und das nützen und die Realität im Regal bei den Supermärkten, das sehen wir ja, ich glaube, 45 Prozent, 46 Prozent kaufen Fleisch derzeit in Aktion. Das ist etwas, das ist in Österreich einfach Kultur beim Lebensmittel einkauft, das kriegt man auch nicht weg, aber ich selber kaufe keine Aktionen, also diese Pickerl-Geschichten, das mache ich nicht. Wie schaut so eine Jausenbox von deinen Kindern aus? Was ist da drinnen? Also, die Jausenbox... Sieht man das, dass das vom Landwirtschaftsminister ist, wollen Sie das aufmachen? Also, die Jausenbox, sie stehen auf extra Wurst, sie stehen auf Gurken und sie stehen auf das klassische Obst, also, wenn man hineinschaut, dann sieht man eines, das ist alles aus Österreich, was wir da konsumieren. Also, wenn sie Erdbahn wollen, dann schauen wir, es gibt die Erdbahn aus Österreich, das ist mir ein Anliegen. Bei den Weintrauben, das geht sich nicht aus, ja, die muss man irgendwo auch von anders her mal nehmen. Aber ich schaue schon, dass das heimische Produkt ist, heimische Qualität und ich glaube, das ist auch völlig verständlich, wenn man für die eigenen Kinder nur die besten Lebensmittel will. Mit welchen Schritten schreitest du jetzt voran, was die Vision 28 plus betrifft? Was sind die nächsten Umsetzungsschritte? Die nächsten Schritte sind, dass wir in den einzelnen Handlungsfeldern, in den sieben konkreten Ergebnissen arbeiten, auch Schlüsse ziehen, was heißt es, für die künftige gemeinsame Agrarpolitik, für die nächste Reform, was brauchen wir dafür, um unseren österreichischen Weg fortsetzen zu können. Also, umweltorientiert, hoher Anteil biologischer Wirtschaft, mit einer sehr klein strukturierten, multifunktionalen Landwirtschaft. Ich habe das Thema davor angesprochen, schauen, wie kann man die Rahmenbedingungen für die Direktvermarktung verbessern, für Urlaub am Bauernhof. Das sind mir sehr große Anliegen, weil wir sehen, mit diesen Einkommensschienen ermöglichen wir vielen Bauernhöfen einfach, dass sie weiter eine Perspektive haben und weiter wirtschaften wollen. Jene Betriebe, die zum Beispiel Urlaub am Bauernhof machen, die haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie auch übernommen werden. Ich muss aber grundsätzlich auch noch eines hinzufügen, das doch ein positives Bild sein hat. 90 Prozent der Befragten, wir haben 1500 Bauern befragt, das war im Winter, 90 Prozent haben gesagt, sie sind neutral bis sehr positiv. 90 Prozent. Mit Blick in die Zukunft haben noch 70 Prozent gesagt, sie sind neutral bis positiv. Das heißt, wir haben eine sehr gute Grundstimmung, obwohl die Umstände derzeit sehr fordernd sind. Und das ist einmal eine gute Basis. Und die Frage jetzt, die nächste ist, wie können wir, so viel es nur geht, dazu motivieren und dabei unterstützen, dass sie weiter Bäuerinnen und Bauern bleiben, ihre Betriebe fortführen und Lebensmittel produzieren. Also das ist das Ziel. Da gibt es viele Schrauben, die wir drehen können. Wir brauchen den großen europäischen Rahmen und dann noch nationale Maßnahmen, mit denen wir unterstützen können. Das heißt, nach wie vor natürlich auf das zu schauen, dass man eine Klaustrukturiertheit erhält in Österreich? Absolut. Und es ist natürlich, was die Struktur betrifft, in den Regionen sehr unterschiedlich, sage ich es ganz offen, in Gebieten, wo es seit Generationen traditionell Landwirtschaft im Nebenerwerb gibt. Das ist in den Berggebieten. Denn da spreche ich mit Betriebsführern, die haben einen Betrieb, ich war jetzt kürzlich in Tiroler Oberland, der Betriebsführer dreieinhalb Hektar selber bewirtschaftet hat, zweieinhalb Hektar hat er dazugebracht, er tut Milch produzieren und auf die Frage, ob er übergeben wird, das sagt er selbstverständlich und der Junior wird das weiterführen. Also da reden wir von Betriebsstrukturen, wo man in anderen Regionen sagt, nein, da konzentriere ich mich lieber auf einen anderen Beruf, das ist mir jetzt zu klein strukturiert, Unternehmerwerb, das ist zusätzliche Arbeit, also in jeder Region völlig unterschiedlich. Salzburg zum Beispiel, da haben wir kaum einen Strukturwandel. Die sind es kulturell auch gewohnt, die stehen zu ihren Betrieben, die sind richtig verwurzelt und die wollen fortsetzen. Und in anderen Gebieten, sage ich ganz offen, wo wir einen größeren Strukturwandel haben, das haben wir natürlich im Osten, Nordosten, Südosten, da brauchen wir einfach auch klare Perspektiven, im Pflanzenbau, wenn es um den Pflanzenbau geht, wenn es darum geht, zu überlegen, wie können wir in diesen Gebieten, die sehr trocken sind, wie können wir, wenn wir in die Zukunft schauen, zu unterstützen, dass zum Beispiel Bewässerungssysteme verfügbar sind in den nächsten Jahren. Wir unterstützen da schon zum Beispiel, wir fördern solche Dinge. Also auch für diese Regionen ist ganz wichtig, dass wir hier Optimismus erzeugen können und Perspektiven schaffen können. Das ist ein großer Anspruch. Unsere Landwirtschaft ist wahnsinnig vielfältig und wir wollen diese Vielfalt auch in die Zukunft bringen. Wir wollen keine Konzentration auf einige wenige große, wie das auch andere Länder machen. Wir wollen die Vielfalt mitnehmen, die Vielfalt auf Basis von bäuerlichen Familienbetrieben. Aber spannend, dass du jetzt sagst, eigentlich die Gunstlagen sind auf die, die was eigentlich eher, dann sagen, vielleicht nicht weitermachen, weil sie sich vielleicht auch nicht so prozessoptimiert und unternehmerisch auferstehen oder an wo es liegt ist. Das hat viele Gründe. Sehr oft ist es einfach der Grund, dass es leichter ist, eine alternative Einkommensmöglichkeit zu finden, einen anderen Beruf zu lernen, weil man in der Nähe von der Hauptstadt ist zum Beispiel. Oder weil einfach andere Kultur gelebt wird. Realteilung im Burgenland, natürlich hat sich das auf die Struktur ausgewirkt. Da hat man einfach andere Zugänge und andere Zielvorstellungen wie in Tiroler-Olztal oder irgendwo im Montafond in Vorarlberg oder im Lungau in Salzburg. Und auf diese Unterschiedlichkeit muss man natürlich Rücksicht nehmen, aber der Zugang ist der, überall, wo jemand Bauer sein will, dass er Bauer bleiben kann und dafür unterstützen wir, beginnend von der Ausbildung, von der Beratung, von den politischen Rahmenbedingungen bis hin zu, dass wir Märkte bearbeiten, Märkte gestalten wollen über Erzeugerorganisationen, über unsere Verbände, also in der vollen Breite die Unterstützung, wollen wir zur Verfügung stellen und schauen, dass wir mit Gewehr bei Fuß unterstützen können. Eine Grätsche mache ich jetzt noch vom Bauern, von der Bayerin zum Konsumenten, was man ja eigentlich als Bayerin und Bauer natürlich auch ist, die Konsumentin und der Konsument. Wie schätzt du das ein? Ist Österreichs Bauer und Bayerin, sind die schon der Konsument, den Sie sich eigentlich wünschen für Ihre Produkte? Sind Sie das selber schon durchgängig? Also der sogenannte Kühlschrankcheck, ja das, da sage ich, zu jedem Einzelnen, schaut einfach rein, was drin ist und denkt mal darüber nach, was eure Erwartungshaltung ist an den Konsumenten und schaut mal, wie es daheim ausschaut. Also da ist jeder selber gefordert, sage ich ganz offen und da sind viele auch gleichermaßen konfrontiert, weil sie sparsam sein, weil sie andere, andere, wie soll ich sagen, einfach andere Werte haben oder andere, in andere Dinge investieren wollen, aber Lebensmittel, da kann ich nur sagen, heimische Produkte mit hoher Qualität, die sollten im Kühlschrank sein und dazu rufe ich einfach jeden auf, dass er einen Beitrag leistet, damit wir das, was wir uns selber wünschen und das Ziel setzen auch daheim umgesetzt wird. Norbert, ich könnte jetzt, glaube ich, stundenlang mit dir reden, weil mich das sehr interessiert und sehr viele Sachen auch sehr interessieren, aber ich hoffe, euch auch interessiert haben. Ich muss jetzt leider aufhören, weil wir einfach schon über der Zeit sind, obwohl es noch sicher einige Fragen an die Gawad voll schön, vielleicht kommst du ja drittes Mal, schauen wir mal. Schauen wir mal, danke mir für die Einladung, es war sehr spannend. Herzlichen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Und für dich, bis zum nächsten Mal. Schönst du alle. Unsere schaut. Tschüss. Ska prosecutors. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020